Ah, wieder so'n behinderter Scheiß. Bringt's ja auch voll, ne? Hör mal, soll ich dann schießen? Pfff, muss man anschießen. Dreist. Ja, was ist... Noch mehr. Mal. Scheiße. Fall hin. Mal, nimm deine Pistole. Ja, da ist er. So, beide getroffen. Hier, die Schrot fliehen zu nehmen. Das gesägte Schrot. So, nachladen. Und noch mehr Money aufheben. Steck dich. Oh. Komm, dreh dich. Hör mal, was machst du hier? So, da, ah, da. Flieg. Flieg, mein Junge. Ach, Junge, verpiss dich, sie seh' ich nix. Kloppt er. Oh, scheiße, hier ist kein Schatz. Explodier. Wieder gelitten. So. Äh, hier. Die Pistole. Oh. Fuck, Earl, Hank, tot, tot, tot. Das ist ja geil, echt, echt super. Ey, diesen Tod, was soll das? Oh, das war noch ne Schutzwessel. So, da ist direkt mein Headshot kassiert, hm? Boah, ah, da, da. Ha, ha. Oh, fail. We spoil your party, Bricks. Go on, bitch, ass on you. Fuckin' deadbeat! Fuckin' you! Ja. Ins Gesicht. Steig auf dein Mut. Oh, ne, komm, müssen wir ganz weg zurücklaufen. Sicher, Mann. Schweizerverteid. Oh, ein bisschen zurück. Ein bisschen zurück? Ja, so. Ich komme auch viel zu nah. Ich habe ihn überfahren, der so, wuhu. Gute Reaktion, ne? Ich glaube, er war ein Serf, Brian. Ich glaube, er war ein Schmuck. Hör den Schein. Brüder, wir finden einen Weg, um ein Payback zu bekommen. gegen diese Polis, Russische, Serbe. Ich glaube nicht wirklich. In der Zwischenzeit, nehmen wir einen Moment um zu erinnern, Jason, und alle anderen Menschen, die den Finger zu dieser schützige Sache, die wir nennen, Konformität. Amen, Bill. Jetzt, Jason, er ist nur ein Kind. Aber er hat die Brücke stärker als die meisten von uns. Er ist ein Verbrecher, Troublemaker, Bierdrinker und Hellraiser. Er hat keine Angst. Er hat einen Schmuck, er wollte. Er hatte immer Zeit für ein Bruder in need, und er hatte Angst, dass er genauer ist. Das stimmt. Er hat einen Schmuck, der Typ der Mann, ich will sein. Jason Michaels, verloren, aber nicht vergessen. Amen zu dem, Bill. Jason. Okay, okay, The time for pussy-licking and ass-kissing is over. We are brothers for life, lost forever. In these perilous times, it's more important than ever that you follow your leader. And that is me. Remember. Yeah. C-Boys back to the clubhouse. Ja, der ein Typ Jason, ja, der ist gestorben. Und, äh, dieser, äh, große, serbe Pole, der ist Nico Velec. Der, also, ich kann mich schon an die mich zu erinnern. Wir mussten, äh, diesen einen Lost Typen umbringen, äh, der die Tochter von einem Typen, äh, äh, ja, sagen, geboomst hat. Meinen die ja zum Beispiel. ja, stecken gerade da drin. Ja, den musst du ja mal, ja mal, töten. Und jetzt, ist es passiert hier. Jetzt haben die es erwähnt, und die wollen sich rechnen. Und sie haben eine Message bekommen. Jonathan, was war denn noch, äh, wichtiger als mit deinen Brüdern abzuhängen. Äh, Waffen, Mapping, Cool Chance. Er wollte ja Air Hockey, dann machen wir kurz Air Hockey. Keine Ahnung, was ist das? Hey, Jim, willst du hier spielen? Okay, Johnny, ich werde dich auf dem Hockey-Table, wenn das, was du willst. Okay, ich werde dir in zwei Stunden. So, du kannst eine Aktivität absagen, nachdem du sie ausgemacht hast. Die Option findest du nach dem Telefon unter Jims Namen. Sag ihm besser Bescheid als ihn einfach zu versetzen. Mhm. 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 Okay, ich fahr jetzt hier so ein Bekloppt einfach in die Mitte durch. Das war ungeplant. Das auch. Okay. Kloppt. Boah, ich setz mir jetzt im Markt. Ich hab keine Ahnung, wie ich fahren muss. Oh ja, ganz bestimmt, ne? So, komm, ich bin auf der Straße. So, komm, ich bin auf der Straße. So. Ich dachte, ich klatsche mit der Fresse gegen die Kante und Flick hin. Das hätte ich erwartet, aber ich lebe noch. So, komm, sind wir hier am Hafen? Ja, wir sind noch am Hafen. Ach. Ich fahr wie so ein Bekloppt da, ne? Die auf. Die sachte Tür auf. Ja, Pech gehabt. Die auf. Die nicht aufgemacht. Die Tür kaputt. Der Tor auf. Na, scheit. Fahr, 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 fahr. Fah. Klicken Alarm ausgelöst. Okay. Davor noch links, so ein bisschen. Einengegen. Boah, ich würdß ihm sagen. gespielt jetzt auf jeden fall hin du kannst mit jim zu jeder auf dem rad markierte adresse fahren oder zur adresse anderer aktivitäten ich bin wir legen uns hier ok ich möchte mal kurz markieren da ist es ja weil den weg den kenne ich auf jeden fall nicht mann terry wie geht es dir die brüllen über zehn meter hinweg so wie geht es dir es geht ja scheiße feld ist ein dringend geblieben noch wir haben es geschafft und jetzt in augen in augen ja epic town so kommen wie weit noch was wahrscheinlich noch für waffen Durch rot Oh, neusen als Radiosender Kein Bock drauf So, komm, was ist hier? Boah, ich bin... Ich war so behindert, ne? Ah, komm So, da wären wir endlich 2 ja okay es gehört ich bin ich richtig oder nirgendwo nicht wohin denn wohin muss ich denn Oh, ja, danke. Überfahre mich doch direkt. Was ist denn hier Air Hockey? Äh, hier irgendwie nicht. Ah, doch, da ist es, ja. Okay, Air Hockey. Ach, Air Hockey spielen. Äh, Jim. Ja, mit Jim spielen wir. Na, jetzt rasten wir aus. Boah, ausrasten. Komm. Peanut. Boah, ich raste ja raus. Komm. Renata? Ja, Fall drauf war. Wer ist es, sieben Punkte hat, gewinnt das Spiel. Oh, sieben Punkte. Oh, nein. Oh, super. Epic Fail. Fatsö. Er hat nicht mal Fail. So ein Ostrasten, so bekloppten. Oh, ich mache hier nur ein Tore, ne? Komm, ausrasten. Boah, Volltreffer. Oh, komm, der war doch. Komm. Ach, Fail. Bäm. Oh, ach. Oh, Epic Fail, ey. Muss mal ruhiger spielen. Ah, sauber. Steht das eigentlich? Keine Ahnung. Biker spielen so, warte, ey. Das hätte ich echt nicht gesagt. Äh, ich meine, es steht 5 zu 4 für den. Habe ich ja, glaube ich, oben an der Tafel gerade eben gesehen. Fuck, ey. Noch ein Punkt, er hat gewonnen, er hat gewonnen. Super. Komm, noch einmal. Warte, nochmal spielen. Warte. Egal, noch einmal. Diesmal muss ich gewinnen. Das ist witzig. Muss ich nochmal spielen, das ist geil. Ich würde sagen, die... Ah, ja. Ich sagte noch so, ja, das ist geil. Bäm, direkt mal wieder einen Punkt für den. Ach. Na, fah. Watt ist das. Boah. Ich kann das echt nicht. Ich kann das nicht. Pff, oh Mann. Das ist Epic Fail. Was ist das? Das 4.0, ey, das ist doch nicht nur... Watt, nur mehr Punkt. Watt, nur mehr Punkt. Watt, nur mehr Punkt. Watt, nur mehr Punkt. Vielen Dank.